Hey, hier wieder Sterni von Tiaikor. Ich bin noch mit Florian und Poxi unterwegs. Der Florian hat jetzt endlich schon mal einen größeren Rucksack und wir sind gerade auf dem großen Flugfeld unterwegs. Also auf dem Flughafen eigentlich. Kann sein, dass hier ein paar Leute rumspringen, weil der Server ist recht voll. Wir wollen jetzt mal gucken, wann Florian ausrüsten können. Oder ob da vielleicht alle draufgehen. Oder nur einer. Nix. Wenn nix. Wenn einer draufgeht, dann bist du das. Das sowieso. Ich stehe extra hier Schmiere. Ich rufe dann. Wir haben hier ein Defi dabei und alles. Also das müsste eigentlich passen. 5,65 war es hier. War lecker. Was war lecker? Ich habe gerade eine Kiwi gegessen. So, und da hinten können wir auch Glück haben, dass wir für den Flo irgendwie eine kleine Bumme finden. Sehen wir ja dann. Das ist die�ere Band. So, wenn du das geht. Ja. Das ist die nächste Band. Ja. Ich bin da. Das ist die nächste Band. Die nächste Band. Ich bin da. Ja, und hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen Ach, Rinder Rinder Ja, ich mein wegen den Treppen gleich So Regal, was ist das da oben? Assault Weste Flo, guck mal die Weste an Hier oben auf dem Schrank Danke Was haben wir hier? Oh Ne, die Zange wollte ich nicht Hier unten ist eine FNX45, falls Florian die mitnehmen will Moment, hab grad oben einen Helm gefunden Jetzt nochmal eine Magnum Hier oben liegt nochmal eine FNX Also nicht wundern, ganz oben auf dem Turm bin ich jetzt, ne? Jaja Ich hab da keine Zweifel dran Das sieht aber alles relativ ruhig aus hier Ja Oh Das sieht alles relativ ruhig aus Hey Kind kommt nach Hause, dann dreht der Hund wieder ab Hi Lina Oh, ich rutsch Wo rutschst du hin? Ja, ich hab die Treppe runtergerutscht Was meinst du Lina? Ja Ich hab die Treppe runtergerutscht Ich hab die Treppe rausgekriegt Ja, auch nicht schlecht Die machen grad Let's Play weiter War gut in der Schule? Ja Okay Florian Jo, hier Hier ist ein Kompass Sehr schön Mal worden, aber der reicht Ja, reicht erstmal, aber worden ist eigentlich okay Was sind das denn da für Stäbe? Ich hab noch gar nicht drauf geachtet Hahaha Trinkt erstmal durch die Gasflasche So So, soll man direkt jetzt geradeaus zu dem Gebäude rüber, oder wie hast du das vor? Power, ja Ja War die Tür offen, aber Ja, bei dem ist das Ding dann unten immer offen Echt? Hm Dose in irgendwas anderes, keine Ahnung Hier unter der Treppe musst du auch manchmal gucken, liegt auch schon mal was Holster, noch ne Dose Oh, hier ist doch ein, äh Ja, Weapon Flashlight Brauchen wir nicht Bajonett, Stiefel, alles kaputt Bajonett ist eigentlich auch für den Purpose Zwei Bein Damaged Wieder ne Dose Zwei Bein war auch hinüber, oder was? Zwei Bein Damaged Ja, Damaged Äh, was ist das? Das ist ein Griff Christine Hier ist ein Rucksack You are dead You are dead Was? Ich bin tot Warum? Ich bin tot Warte, geh mal runter, da ist wahrscheinlich irgendwo Ein Scharfschütze oder so Wahrscheinlich Ich musste Derni, mal gucken, ob er das hinkriegt und Davy irgendwie Ja, ich versuch's Holy Moly, so schnell sind die Lichter auf Warte mal Florian, lass mich bei mir durch Pass aber auf Ich seh auch nix Ja, ich hab auch nix gesehen Jo, waren Schütze Hast du nur das? Er ist auch rot Derni, jetzt pass richtig auf Ah, wo zum Henker ist denn der dann? Bleib jetzt einfach mal in der Konstellation Hm Und jetzt? Gute Frage, ich würde euch ja gerne wiederbeleben, aber wenn der Schütze noch da rumrennt Ja, dann kannst du vielleicht, äh, hier, ähm, kriechen Ja, aber Ich denke mal schon, dass er mich dann sieht Ja Jetzt haben wir Action Jetzt haben wir Action Der weiß ja wahrscheinlich, dass drei Leute sind Ja, denk ich mal Der wird jetzt auf dich warten Ohhhh Ich will auch nur saufen Ja, meiner will grad auch nämlich saufen Mhm Bullshit Ich hör dich saufen Ach, hörst du mich trotzdem noch, oder was? Ich hör dich saufen Ha, scheiße Ha, scheiße Ah, wenn ich jetzt so der rumkasperre Richtig, der wird jetzt auch auf den Eingang gucken Wenn dann Florian Wenn dann Florian, wenn dann Florian auch treffen konnte, dann ist ja Ich bin nicht sicher, ob das da der Typ vielleicht ist Fies drauf, dann weiß das Fies drauf, dann weiß das Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Soll ich mal ein bisschen probieren? Womit? Mit dem Defri Defri? Alter, ich hab's aber auch mit dem Boden Egal Ja, draufgehen Oder nicht draufgehen Wenn der Defri überhaupt funktioniert Ich weiß es nicht, Uka hat eben das Gebäude noch ab Da steht aber auch keiner auf dem Dach, oder so Wenn empfehle ich dir trotzdem halt Zu schleichen Äh, beziehungsweise Darum zu kriechen You are dead Auch tot Scheiße, der war irgendwo links Der war irgendwo links, alter Ja, jetzt hat sich's erstmal erübrigt So ein bisschen Durchstart Alle tot Alle tot Nein, verdammt Der freut sich jetzt Ja, ne? Ja, dann müssen wir oben nach vorne anfangen Jo, please wait Mh 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 Richtig, wir waren eigentlich auch sehr gut ausgerüstet Nichts eine Serie Diese Folge Ist ein neuer Sterni Jäu Mh Mh Mh